Guten Tag, mein Name ist Peter Schmidt, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Kanzlei. Als Mandant von uns werden Sie merken, dass wir uns sachverständlich und engagiert Ihren Problem annehmen. Wir stehen Ihnen bei strafrechtlichen Problemen sowie bei Fragen und Streitigkeiten im Nachbarrecht, im Immobilienrecht, im Vollstreckungsrecht sowie in anderen Rechtsgebieten tatkräftig zur Seite. Dabei begleiten wir Sie kompetent durch das gesamte Verfahren und achten auf die Durchsetzung Ihrer Interessen. Gerne stehen wir Ihnen mit weiteren Informationen zu unserer Kanzlei und weiteren Anfragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.